Wie sehr willst du wirklich erfolgreich mit Frauen werden? Herzlich willkommen, ich bin Non-John, professioneller Flirt-Trainer und Dating-Coach und in diesem Video sprechen wir darüber, wie die Bequemlichkeit oder diese fehlende Zielstrebigkeit dich davon abhält, wirklich durch die Decke zu schießen in deinem Dating-Leben und die Frauen zu bekommen, die du wirklich möchtest. Ich bin gestern einkaufen gegangen und da läuft mir so eine Touristin hinterher. Ich habe sie erst gar nicht registriert, weil ich hatte meine Kopfhörer drin, habe Musik gehört und dann merke ich, da ruft irgendwie jemand und ich nehme es erst nicht ernst, das Rufen hört aber lauter und dann drehe ich mich um, ziehe den Kopfhörer raus und da läuft mir so eine ältere Frau entgegen, so asiatisch angehaucht und ruft und fässt sich an ihrem Bauch, weil sie vom Keuchen, weil die gar nicht mehr so schnell laufen kann, weil die etwas wissen will. Normalerweise, ich bin so ein Typ, wenn irgendein Touri hier was fragt in Berlin, ich achte da gar nicht drauf, ich sage, ich will nichts verstehen, ich bin nicht von hier, keine Ahnung oder ich ignoriere die komplett. Hier habe ich nicht nur sie nicht ignoriert, sondern die wollte wissen, wo XY ist. Ich habe ihr sogar per Google Maps das gezeigt an meinem Handy, wie sie da hinkommt. Und im Nachhinein, ich habe das so ganz instinktiv gemacht, im Nachhinein habe ich mich gefragt, hey, warum habe ich das eigentlich gemacht? Das habe ich noch nie gemacht. Und mir ist klar geworden, dass die Frau all in gegangen ist. Die ist nicht einfach so zu mir hingekommen und gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, hier, wo ich da hinkomme, etc., sondern die ist mir nachgerannt. Und die hat mir nachgerufen, sie konnte, hat auch im gebrochenen Deutsch gesprochen, hat so, gut es geht, versucht sich zu bemühen, damit ich ihr helfen kann. War körperlich auch nicht mehr die fitteste und hat aber um jeden Preis wissen wollen, wo etwas ist. Und ich habe das, sie hat Dringlichkeit kommuniziert und aufgrund dessen habe ich ihr einfach instinktiv den Weg gezeigt. Und das hat mich daran erinnert, wie die meisten Männer Frauen ansprechen. Die meisten Männer machen das nicht richtig. Entweder die hupen ihr aus dem Auto oder die pfeifen ihr hinterher oder sagen kurz, Entschuldigung und die Frau ist wieder weg, weil die einfach das nicht mit Dringlichkeit machen. Die denken, die gehen schon so auf eine Frau zu mit dem Gedanken, das wird wahrscheinlich eh wieder nicht klappen. Und aufgrund dessen bekommen sie natürlich auch das Feedback von den Frauen, dass es nicht klappen wird. Selbsterfüllende Prophezeiung. Du subkommunizierst keine Dringlichkeit. Wenn du hingegen das ernst meinst, wenn du die Frau stoppst und die Frau versuchst, um jeden Preis in ein Gespräch zu verwickeln und die Frau dann auf einmal merkt, hey, ich hatte das zwar gerade eilig, aber der Typ, der ist cool, der kann reden, der ist hartnäckig. Das sind tolle Eigenschaften, weil was du der Frau damit subkommunizierst, ist, dass du nicht nur in dem Bereich, wo du gerade diese Frau ansprichst, stoppst und mit ihr redest, hier Dringlichkeit kommunizierst, hartnäckig kommunizierst und fokussiert bist, sondern du wahrscheinlich, das sind ja Charaktereigenschaften, das ist ja nicht nur ein Verhalten, das du hier anwendest, sondern das ist eine Charaktereigenschaft, eine Gewohnheit, dass du das in allen anderen Bereichen höchstwahrscheinlich auch machst. Und wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dann ist das die beste Möglichkeit, um deine Persönlichkeit bestmöglich zu transformieren, indem du wirklich all in gehst. Glaub mir, wenn ich dir eine Knarre an den Kopf halten würde und sage, sprich die Frau an und versuch sie um jeden Preis in ein Gespräch zu verwickeln, du würdest alles geben, weil du weißt, dein Leben hängt davon ab. Du würdest zu 100% die Frau zum Stehen bringen, du würdest immerhin ihr klar machen, dass du auf sie stehst, dass du sie attraktiv findest und es liegt nicht alles an dir, ob die Frau, ob da Chemie vorhanden ist oder nicht, muss man ja natürlich herausfinden, aber du kommst zumindest so weit, dass du sie stoppen kannst, ihr klar machst, was du möchtest und das erste Gespräch kannst du zumindest einleiten. Und versuche wirklich, wenn du Frauen kennenlernen willst oder wenn du jetzt sogar eine Freundin möchtest und dich nicht jetzt abspeisen lassen willst mit der nächstbesten Freundin, nur weil es da ein bisschen bequem ist, weil du dann regelmäßig an Sex kommst und öfter mit ihr kuscheln kannst und ein bisschen intim bist, versuch auch das dort anzuwenden. Lass dich nicht abspeisen mit etwas, wovon du weißt, dass du mehr bekommen könntest, wenn du einfach nur die Arbeit reinstecken würdest. Und das ist ja, was die meisten machen. Die meisten geben sich zufrieden mit ihren zwei Dates im Monat oder alle zwei, drei Monate mal Sex mit einer neuen Frau oder die geben sich zufrieden mit einer Beziehung, die sie eigentlich gar nicht wollen, weil die wissen, die könnten mehr. In sich drinnen wissen die meisten Männer, dass sie eigentlich viel mehr bekommen könnten. Bessere Frauen, öfter Sex, mehr Dates, eine hübschere Traumfrau, wenn sie nur ihren Arsch hoch bekommen könnten. Und das ist sehr frustrierend, weil das nagt an deinem Selbstwert, weil irgendwann, wenn du lang genug dann nur mäßige Erfolge hast, dann denkst du, ja, das ist es. Also du wirst dich daran gewöhnen. Du bist wie so ein betäubter Löwe, dem man immer ein bisschen das Fleisch zuwirft, aber der nie gelernt hat, selbst auf die Jagd zu gehen. Aber oftmals macht eben auch die Jagd Spaß. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, in den Puff zu gehen. Da war ich auch einmal, aber es hat mir einfach überhaupt nicht getaugt. Es fehlt diese Intimität, auch die Bestätigung, dass die Frau dich will, ist ja nicht gegeben, weil es ist ja wegen dem Sex macht. Und zum anderen, diese Jagd, das Rausgehen, Frauen ansprechen, sie in ein Gespräch zu verwickeln, zu daten und letztendlich zu verführen, das macht einfach unglaublich Spaß. Und ich kann dir nur raten, dass du all deine Bequemlichkeiten zerstörst, wenn du merkst, hey, das ist eigentlich nur eine Beziehung, die okay ist, oder mein Lifestyle, der ist okay, aber das ist nicht wirklich das, was ich will, dass du all deine Brücken abreißt. Betäub dich nicht mit irgendwelchen Filmchen, die du dir immer abends anschaust oder indem dir einfach zu oft einen von der Palme wählst. Hör auf damit und ich versichere dir, du wirst ein Verlangen bekommen, das unzählbar ist. Und das wird dich antreiben. Das wird so ein krasser Drive werden. Du wirst jede einzelne Frau, die dir gefällt, ansprechen, mit der reden. Und die Frauen werden auch instinktiv, selbst wenn sie es gerade eilig haben, selbst wenn sie in die Arbeit müssen, stehen bleiben, weil die merken, hey, der Typ, der meint das ernst, der Typ, der hat wirklich was zu sagen. Die respektieren dich auf einmal, weil du einfach durch deine Aktion, wie du auf einmal auftrittst, durch deine Ausstrahlung, dann auch wie du mit denen redest, Dringlichkeit kommunizierst und wichtig wirst für die Frauen, weil du nicht so ein Lappen bist, der einfach der Frau hinterherhubt oder ihr sagt, hey, Baby, geiler Arsch, oder einfach mal sagt, hey, Entschuldigung, ich habe da eine Frage, wie so ein Bettler, sondern du gehst einfach hin, du nimmst dir das, was du willst und das respektieren die Frauen. Und was auch passieren wird, die Folge ist, wenn du eben so ein Typ bist, der bisher immer nur ein Durchschnittsleben geführt hat, dass wenn du in dem Bereich wirklich mal dein Leben bei den Hörnern packst und dir das nimmst, was du wirklich verdienst und was du bekommen kannst, also wirklich ans Maximum gehst, dass sich das in allen anderen Lebensbereichen auswirken wird, weil das ist eine Charaktereigenschaft, die du hier entwickelst und dann wirst du auch in deinem Business oder wo auch immer du eben noch große Ziele hast, dort Gewaltiges vollbringen. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst und wenn du Unterstützung brauchst bei der Umsetzung, weil du merkst, hey, ich würde gerne, aber da hält mich diese Angst zurück, ich bin blockiert, ich schaffe es einfach nicht, ich würde gerne wirklich jederzeit mit überall Frauen ansprechen können, aber es geht nicht. Oder du führst die ersten Gespräche, aber es fühlt sich einfach verkrampft an, du weißt nicht, was du sagen sollst, du weißt nicht, wie du das Gespräch weiterführst, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für die kostenlose Beratungssession zu bewerben, entweder unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben links bei dem i, da kannst du dich bewerben, dann werden wir uns deine Bewerbung durcharbeiten und innerhalb von sieben Tagen bei dir melden und dir Schritt für Schritt aufzeigen, wie auch du das ganze Wissen in die Praxis umsetzen kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.